Silent Hill ist absolutes Horror für mich. Absoluter Megahorror. Alles gut. Chef. Fotoapparate könnten wir mal noch gebrauchen. Ne, hab ich nicht gespielt. Empfiehlt er sich? Ich kann, Silent Hill ist so Trauma. Hab ich gekauft. Teil 1 war pervers. Das war das krasseste Spiel, was ich jemals... Davor kam Resident Evil 2 und danach kam Silent Hill 1. Mit Resident Evil 2 hab ich alles erlebt. Aber es ist eine ganz andere Art von Horror. Es ist so krank. Richtiges Trauma. Fast so krank wie die US-Wahlen in den USA. Sind die US-Wahlen in den USA? Ja. Kleines Klugscheißerli. Was sind die anderen Seiten? Es ist einfach die ganze Stimmung des ganzen Settings. Die haben uns alleine gelassen, Ju. Die ganze Stimmung des ganzen Settings einfach übel. Das ist das übelste Albtraum-Szenario. Boah. Okay, das könnte einfach werden. Wir sollen ein Foto vom Geist machen. Ein Teammitglied soll Zeuge eines Geister-Events werden. Und wir sollen mal wieder dreckiges Wasser fotografieren. Der Name des Geistes ist Linda Jackson. Also wie Michael Jackson nur mit Linda Jackson, ne? Ist klar. Krass. Und der Geist scheint nur auf Personen, die alleine sind zu antworten. Mist. Diese scheiß Geisterbox, wenn die schon angeht, kriege ich... ...die Pimpernellen. Ja. Ja gut, äh... Über Kausalitäten sollte man sich in solchen Spielen ja keine Gedanken machen. Allein dieses Setting, dass du da nicht wegkommst. Dieser Nebel dich einfach wegfrisst. Und die Musik und dieses ganze... Boah. Die Sound- und Geräuschkulisse in Silent Hill ist einfach alles andere als Silent. So, jetzt finde ich nichts mehr Schlimmes. Jetzt habe ich einen Glühwein-Intus. Linda, was ist dein Lieblingssong von Michael Jackson? Beat it! Beat it! Linda, sag uns deinen Namen. Ah ne, den wissen wir ja. Linda, gib uns ein Zeichen. Linda! Linda Jackson! Gib uns ein Zeichen. Linda? Arme essen? Hier liegt der Knochen. Hat jemand einen Fotoapparat? Ähm, wo? Jo, ich habe auch einen. Einmal nach oben, hier. Also, ich trinke den Geist, wenn ich laufe, ne? Also, wenn... Das weiß nur der Flip. Äh, Tommy, ich finde den nicht. Ne, das Spiel ist eigentlich... Tommy, ich sehe den nicht. Tommy? Nee, Harry, das Spiel ist eigentlich... Nee, Harry, das Spiel ist eigentlich... von einem Dude programmiert wurde. Gib uns ein Zeichen. Und sie können dich töten, aber nicht zerfetzen. Also, du bist eigentlich die Vorhut der Ghostbusters. So ist es. Da ist ein bisschen die Idee dahinter. Wir sind diejenigen, die ausfinden. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Sag nicht schon wieder auf dem Dachboden. Wo bist du oben? Vor der Treppe. Wir sind Parawissenschaftler. Jo, Minustemperaturen sind safe. Gib uns ein Zeichen. Jo. Hier hinten ist es auch. Nice, eine Geisterbox haben wir auch. Wir haben Geisterboxen, gibt es für Temperaturen. Spreiß bitte das E-Mail hinten rein. Wo ist Ju? Du kannst die Geisterboxen ausmachen und wegschmeißen. Ey, der ist hier, ne? Linda Jackson. Er mag Geister. Du kommst nochmal mit ihr reden, Ju. Du bleibst ja eine Antwort bekommen. Wir sind wie Wankman von den Ghostbusters. Hier drin müsste er sein, oder? Zeig. Ist auf jeden Fall da drin am Start. Haben wir ein Versteck zur Not, falls die Tür zugeht? Geisterbox für ein Warher? Wankman. Linda Jackson. So heiße ich auf WhatsApp. Wankman. Ey, meine Hände sind voll schwitzig gerade, Leute. Okay, pass auf. Komm, Alde. Ich habe dich doch gerade hinter mir gehört. Oh, oh. Atem. Ne, kein Atem. Gefriertemperatur haben wir hier. Ja, das ist dein Atem. Wir haben Geisterbox und Gefriertemperatur. Oh Mann. Wankman. Entschuldigung. Ja, mach mal. Leg mal rein. Was haben wir, EMF, Gefriertemperatur? Ne. Geisterbox haben wir und Gefriertemperatur. Geisterbox? Dämon. Gesterbox. Sind da. Mare. Mit Fingerabdrücker sind keine da. Orb. Oder Gespenst. Also wir könnten noch nach Fenster, äh, Fingerabdrücken oder, ähm, nach... Jetzt habe ich es vergessen. Sorry. Ciao Harry. Mach's gut. Schlaf gut. Schlaf gut. Auf Balria. Genau, Orb. Ja, genau. Orb. Ja, dann möchten wir langsam bei Kameras mit rein schaffen, oder? Ja, 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 ja. Du hast ja gar nicht... Ja, ich kann mir eine holen. Mach ein Foto von dem Bild. Es ist so wunderschön. Ne, das ist für die, für die gute Dame. Da kommt schon der Nächste mit der Kamera. Ja, das bringt er mir nur hier entgegen. Wie nett von ihm. Ja, und ich mach's falsch. The King of Micromanagement. Schlaf gut, Harry. Nacht, Harry. Schön, dass du im Stream warst. Es gibt übrigens geiles Melatonin-Spray bei DM. Kann ich nur empfehlen. 20 Minuten tot. Was ist mit 20 Minuten tot? Das Melatonin-Spray von DM. Oh, ja. Kann ich dir mal ein Bild schicken. Ich bin ein großer Fan. Ich guck dann mal nach, Orb. Da muss ich nicht... Du musst irgendeinen... Oh, bist du tot? Nee, da. Ich hab's nicht. What the fuck. Ich glaub, ich hätte tot sein sollen, aber ich bin nicht tot. Nee, 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 nee. Er hat noch nicht gehandelt. Alles gut. Nicht gehandelt? Das war der fucking Schritt meines Lebens! Ja, aber da hat er bei dir eine Tür zugemacht. Aktivität war eben bis oben. Buch ist voll geschrieben. Ja, brauchst du mir nicht erzählen, dass die oben war. Ich hab den voll gehört und gesehen und alles. Kannst du mal... Kannst du... Kannst du ganz kurz das Buch, wo du gerade ein Buch reingeschrieben bist? Yo. Er ist ein Dämon. Nicht schon wieder. Wir haben ihn nicht gesehen. Ich seh den nicht, ich hör den immer nur. Sorry. Gönn dir. Aktivität ist noch oben, jetzt ist er wieder bis unten. Meine Hände... Ich bin so fertig gerade. Sorry. Ey, ist wirklich schade. Du hast zweimal in der Aktion fotografiert. Das war ganz knapp davor. Lass uns erst noch mal runter gehen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ist klar. Das hast du wirklich gut gemacht. Guck mal, der hat dich drei Mal eingesperrt oder so. Das war wirklich gut. Aktivität ist aufgerufen. Wir sind gerade raus aus dem Haus. Wir holen uns mal was zu Ende. Ich bin, weil wir uns da noch ein Follower machen vom Geist. Wir haben einen Dämon. Juhu. Juhu. Ja, und wenn wir mal wieder reingehen und es ist dunkel, dann sind wir tot. Ist das so? Naja, wenn du dann fängst du anhanden und dem wollen, ist das zu spaßen. Der handelt jetzt glaube ich schon ab 70% oder so. Ach so, okay. Wer kommt jetzt nochmal mit mit mir? Na wer wohl? Ah ne, der zeigt sich ja nur alleine, oder? In Gruppe? Stimmt, ne, nur alleine. Dann, ne, viel Spaß. Tschüss. War schön mit dir. Jo, ich hab dann. Hallo, tschau. Zeig. Der antwortet nur auf Personen, die alleine sind. Ja, aber dann zeigt er sich schon meistens auch noch bei Personen, die alleine sind. Wir brauchen trotzdem noch ein Foto von dem verdammten Waschbecken. Das klappt fast nie. Da rennt hier auch keine Ruhm ohne Ende, ne? Der ist voll aktiv, Alter. Ruhm! Also bei Aktivität sagt hier nichts, nur bei 1 oder 0. In der Kamera sehe ich auch nichts. Ich glaube, der redet einfach viel. Das ist ne Tratstante. Genau. Aktivität ist auf 3 gestiegen. Schau mal, ist schon da, ob es geht mit dem Foto? Ja, hat funktioniert. Gut. Ja, cool. Ist nur ein Scherp, ne? Ja, aber reicht. Was war denn der letzte Beweis nochmal? Geisterbuch. Das ist Geisterbuch. Ah, super, okay. Also Dämon, ne? Jo, da haben wir alles bis aufs Waschbecken. Waschbecken passiert ja fast nie. Nice. Können wir eigentlich losfahren, wenn wir alles eingetragen haben. Okay, Klappe zu. Affe tot. Alle fertig? Jo. 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 Oh, da muss ich irgendwie an den zweiten Hohradfilm denken. Tommy? Ihr steht da gerade echt, äh... Ja, es sieht gut aus. Was macht ihr? Mhm. Ich bin da. Hast du eingetragen, Tommy? Ja, hab ich. Dann let's go. Also eine Runde könnte ich noch, dann mach ich aber Feierabend. Gut, dann eine schöne, gruselige Abschlussrunde. Und los. No. Spiel mal auf Profi die letzte Runde. Und was heißt das? Dass wir alle stehen. Dass der Geist gleich aktiv ist. Was macht der Tommy da? Okay, Tommy ist raus. Tommy ist weg. Kaum sagt man, dass man auf Profi spielt, haut er ab, ne? Ja, ja, ja. So ist das. Der kommt aber jetzt wieder. Hallo Tommy. Ihr braucht noch zwei steige Taschenlampen. Also, ich hab meine hinzugefügt. Und auch sonst alles, was ich jetzt noch hatte. Ich hab jetzt Taschenlampe hinzugefügt. Ähm, noch ein Fotoapparat, wenn wir haben, dass wir wieder drei haben. Das wär super. Let's go. Ready. Ready to rumble. We've arrived. Check the equipment and get set up before investigating. And remember to check the whiteboard for help. Och nö, Leute. Wir müssen schon wieder dreckiges Wasser fotografieren. Ähm, der Bereich räuchern und den Geist daran hindern, euch heimzusuchen mit dem Kruzifix. Dieser Geist heißt Donna Davis. Donna Davis. Und sie... Oh, das klingt ja wie ein Musikstar, ey. Mhm. Sie antwortet sowohl auf jemanden, der... Ah ne, auf Gruppen wie auch auf jemanden, der alleine ist. Also, wir können zusammenbleiben oder auch getrennt. Donna Davis. Wohooo. Wohooo. Wohooo! Wohooo. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Wo bist du? Was war das? Scheiße. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Küche, 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 Küche. Donna Davis? Küche. Donna Davis, hörst du uns? Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Du musst schon in die Küche gehen und mit ihm reden. Fingerabdrücke am Start. Fingerabdrücke am Start. Wo? Wo? Wie krank professionell wir abgehen. Fantastisch. Nein, bis jetzt noch Fingerabdrücke. Wir müssen alle Säule aus einem Raum reinschaffen. so viel wie möglich Zeug mit rein tragen. Juhu ist alleine drin. Donner Davis. Donner Davis. Donner Davis. Donner Davis. Donner Davis. Donner Davis. Donner. 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 Da Juhu. Muss alleine sein. Nee, nee. Die kommt auch... Doch, doch. Die kommt auch wenn... Also mit Gruppen und alleine. Ich hab dir mal einen Kruzifix da hingeworfen, ne? Oh ja, Dankeschön. Donner? Ist da schon ein Buch drinne? Nein, kein Buch. Kein Buch. Hol ich. Ich hör tatsächlich Schuss Wasser, ich hör tatsächlich Schuss Wasser. Buch ist jetzt hier drin. ja ja habt ihr ein bild von dem waschbecken dann haben wir alles habt ihr vom bild vom wasser das war die mega pro runde räucherstäbchen hat die räucherstäbchen wer hat sie hat jemand räucherstäbchen wo ist was ist haben wir welche dann haben wir emf dann haben wir fingerabdrücke und dann haben wir buch also wenn emf ebene 5 ist ist emf ebene 5 ich habe Angst dass die mich jagt die muss doch irgendwo hier sein warum hat die sich ja noch nicht gezeigt das ist profi oder ja das ist wasser das dreckige wasser da hinten kannst du mich hören geist bist du hier dann ist es ein revendet dann ist es ein revendet ist es so wir brauchen trotzdem noch cruzifix also wir bräuchten noch cruzifix action und wenn möglich hat die räucherstäbchen aber irgendwie sind die nicht dabei ne wo ist das zweite kreuz also ich habe auch einzeln geschmissen das sieht immer so lustig aus als wären wir in der kamera wenn wir in der kamera halten der revendet wenn euch jagt der ist mega schnell aber fuck eigentlich nur wegen dem cruzifix und wegen dem geisterfutter aber wir haben den fall gelöst und wir spielen auf profi schutzarten das reicht doch oder ja 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 kannst du noch mal reden oder was doch doch ich bin am start ich habe nur gerade was probiert weil ich immer noch diese fps probleme habe achso beim spiel wenn du streamst ja 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 ist bei mir genau das gleiche ich weiß nicht woran das liegt ich habe schon die browser alles geschlossen da läuft es halbwegs ich habe jetzt ich habe jetzt obs einfach mal klein gemacht und wenn ich es wieder groß mache es steht alles bei 60 fps also ich habe keine ahnung so fahren wir erstmal los hast du eingetragen war das nicht die abschlussrunde? war das nicht die abschlussrunde? ja obs kannst du nämlich die priorität ja obs kannst du die priorität hoch und runter schrauben wenn du obs priorität hoch setzt dann ist die wahrscheinlichkeit geringer dass da probleme gibt ja das habe ich auch gelesen mit admin also ich habe keine systemprobleme das kann ich euch gleich sagen habt ihr das nicht reinzufällig auch auf facebook gelesen? ne also ich habe das in irgendeinem komischen video weil wir machen ja jetzt noch nicht so lange twitch und wir wussten echt gar nichts und ich habe mir so videos auf youtube reingezogen wie man das irgendwie hinkriegt ja internet ich bin ich telefoniere irgendwie jeden zweiten tag mit irgendeinem von vodafone die haben wohl momentan noch extreme probleme wegen dem zweiten lockdown und weil die internet kapazitäten ja ziemlich ausgelaugt sind ja ich bin auch bei vodafone aber nochmal lange gibt halt nicht viele alternativen außer telekom ja ok aber für mich reicht es jetzt erstmal ich meine wir spielen jetzt knapp dreieinhalb stunden ja das ist wirklich genug ja dann sag mal tschüss oder? ok leute es war mir wir auch es nahm mir eine freude mit euch zu spielen flip ist weg das war ich möglicher als letzte mal oh ja das warst du juhu was hast du in der hand? ach so ein ball machts gut machts gut ihr lieben tschüssi 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 tschüssi